So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Heute mal nicht im gewundenen Wald und auch nicht mit Hannibal Varkas. Stattdessen haben wir, wie immer, meine Wenigkeit. Ja, ich weiß, die Esel nennt sich immer zuerst, but I don't give a shit. Ansonsten haben wir hier den Dombeer, der keine Verbindung hat. Hm, ist er da? Oh, er ist da. Wie immer. Und Ersatz für unseren Hannibal Varkas, heute der stark behaarte Poolparty Graves aka Müsli. Hallo. Oh, oh. Und wir gehen jetzt ohne Dombeer ins Spiel, so wie es aussieht. Seid ihr schon drin? Wir sind jetzt drin, ja. Brauchen dich nicht, das ist kein Problem. Schaffen das auch ordentlich. Mittlend ist sowieso hochwertet. Ah, ich komme im Late Game. Easy. Ich habe gehört, Z-Early Feet ist total überwertig. Bei mir steht die Gerätetreiber-Software, wo ich nicht erkannt habe, das USB-Gerät kann nicht angezeigt werden. Bei mir geht wieder alles. That's all about right. So, Skills, meinst du dann? Oh ja. Kannst du nicht sagen, oder? Kannst du mir jetzt noch einem Lutscher begegnen? Also, ich bin jetzt vielleicht am Reloggen. Nur eine Vermutung. Okay, was hier kann hier mehr? AC fast tot. Na kurz mal AC weggeburst. Wir haben gestunt, Auto-Attack, Auto-Attack. Da hat's auch mal Thunderlords. Fast tot. Wenn sie dabei gewesen, was ist das für uns bleibt gewesen. Maximal im Burst auf Level 1 rausgehauen. Sag mal Bescheid, wenn ich bei euch dann dabei stehe. Das wird nicht mehr passieren. Wie viele Minuten? Wie viele Minuten loodest du denn? 1,15. Was soll denn das gerade erschienen? Ach, kurz, ich mach nie beugen hier. Äh, 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 äh. Ich hätte gedacht, wie du weggegangen wärst. Wie so lange mit meinem Nubi-Cube. Doppelter Regenbogen? Was bedeutet... Alter, ich hasse lol, wenn das... Ich wacke. Danke. Warum bin ich eigentlich nicht in diesem R-H-G-G-G? Weil ich keiner eingeladen hat. Weil Marius meinte, du bist nicht aus dem Rheingo. Aber da schaut nur aus dem Rheingo. Aber da schaut nur aus dem Rheingo. Und zwei Häuser neben mir, da ist die Krippe vom Rheingo. Ich zieh jetzt ein, da. Oh, ich bin wieder... ...zupferschick. Juhu. Geld. Mehr Geld. Ich mag Geld. Vor allem für umsonst. Bei mir spackt immer noch alles. Ist okay. Yeah, man. Ich hoffe, ich bin late, geh. Ich werde dann richtig. Das ist total. Dann bist du doch. Ich habe mir umgelebt. Oder? Alter. Und erst mal der Flame von den anderen? Nö, nö, kein Flame. Alter, warte ich auch noch auf 10 Gold. Ich glaube, schon noch ein Pinkwort. Nice. Wenn es schon kein Flame gibt, dann kann man auch noch mal auslösen. Sorry, schreibt er. DC, schreibt er. PC, schreibt es nur an so'n... ...hat er eigentlich gedacht, aber gut. Jetzt kann ich offiziell farmen. Jetzt muss ich mal... Wie? Alter, es ist auch nicht farben. Ich will nur farmen. Ouch, sorry. Alter, springt ihr mich an? Der hat mir da. Der hat keinen Bock. Der hat mich einfach so weggezoned. Unter meinem Tower. Ich habe nicht einen Last Head gerade bekommen. That's about right. Warum bohrt der hier? Angst. Boah, ich kann ja voll geil vom Farm weg halten mit meinem E. Was ist denn da oben? Mein Farm. Wer ist wo oben? Ich bin aus hier. Ach stimmt, Soraka hat jetzt hier einen Rework bekommen. Ah, fuck. Mann. Das ist jetzt dieses andere Heilen hat quasi. Gehlt. Gehlt. Alter. Ich habe halt vier Pots mitgenommen. Der kann mir nix. Ey, drei. Soraka trifft mich jedes Mal. Oh, Leck. Leck, bin ich tot? Ne. Oh. Noch nicht, zumindest. Ne, ne, geht wieder. Klopp. Ey, Mann. Das ist Soraka nicht zu nah, sonst trifft zu 100% die verschissenen Steuern. Alter, hörst du jetzt auf damit. Oh, Leck. 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 Was sage ich meiner Mama? Nicht, wenn ich seinen Bruder zuerst sag. Oh, Leck. Alter, doppeltöte mir nice. Böhm, Radien. Ja, ja. Du kriegst du mir Hilfe. Die anderen rasierten ist halt. Ach, ich hatte. Okay, alles klar. Was? No, Schild, easy. Kommt direkt, wenn ich Level 6 bin, also so vier Minuten nach Asie, ich komme spontan. Wie gut dafür, wofür? Oh, der ist vielleicht dafür, ne? Oder super kreativ, ich geh nach Hause, alter. Bist du mir das mit? Ähm, Kaffee? Was willst du? Kaffee wäre eigentlich ganz okay, alter, die hat brawhaftig. Autsch. Leicht. Leicht. Ich hab keine Mana mehr. Vielleicht schon die Evelyn kommt oder wenn du dann landest. You, ouch. Ich hab keine Mana mehr. Kann nicht fighten. Ich hab gleich vielleicht Stun. Wenn ihr kommt. Evelin ist da. 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 Oha. Evelin ist da. 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 Ich hab mal da runterfahren. So, hol ich mir ein Ward-Item oder scherz ich drauf und mach einfach Damage gleich. Ich mein Spiel Lux. Ward-Item ist da, was wir anfangen. Ich find die eigentlich schon ganz geil. Ward. Ward, ja. Erstes Mal weg. Nächstes Mal weg hole ich dann was. Einen Pink oder so bringe ich damit. Jetzt habe ich hier eine kleine Packung mit Mentos. Das ist so ein Leratipp annehmen. Mentos. Nice Dunbar, du hast dir mal getiltet, hab ich gesehen. Ja, Mentos. Okay, auf Set. Ich glaube es auch. Das ist kein Mana Problem mehr. Ein Glück man, stell dir mal vor. Wahrscheinlich der Amumu hält sich noch ganz gut, oder? Dein Assist. Double Kill oben. Ich komm dort. Mit Ult. Ja, ich auch. Alle Fokus auf Soraka einfach. Quick Kill. Wenn die gestunt ist. Okay, komm zu dir. Ich glaube sie haben hier gewordet, oder? Ich glaube das ist auch ziemlich auffällig, was wir hier machen. Oh, oh, oh. Wenn ich Mana hätte, wäre das. Ah, jetzt kann ich mich nicht belegen. Ah, das war das Ruten von Soraka. Ich war halt super bei hinten, wo ich erst noch kam. Ich hab beide gesehen. Das ist ein Albtraum. Okay, jetzt. Scheinbar Wart. Oh. Oh, da hat er sie einen Red Buff. Stunt Schlampe. Ich muss ein bisschen mehr von Mana aufpassen. Ist der Luschen gegönnt. Mehr Dorans. Okay. Hat er ein paar Igget fast kurz gekauft. Oh ja, zwei hat er. 28 zu 50 haben. Oh Gott. Klingt easy bis jetzt. Hey. Juhu. Ich kann total aus dem Pot sein, aber... Ist dann sitzen heute. Ich hätt' mal Gana spielen können. Ich hätt' mal Gana spielen können. Ich hab' Old Up. Ich nicht. Okay. Alter, es steht 1 zu 5. Wir machen hier die Kills, die Evan rasiert durch die Kluft, oder? Wir haben ein Doppel-Töder-Top. Von einer Lane zur anderen. Gibt ja eine Langeweile, oder? So, wirst du nicht? Oh, ich hab' auch bald. Alter! Ich hab' drei Farben, also ich glaub' nicht so viel. Ja. Ich hab' ja gar nix. Ich freute mich nur gerade über meine eigenen Glaubensschaften. Boah. Oh. Willi. Der ist kein Mana. Alter, der ist doch gut. Der ist ziemlich oben, oder? Ja, Sorge. Nimm den Scheiß. Oh, noch ein Farben kommt. So, ich hab' gleich Stunnen. Da können wir eigentlich diese Walker wegbörsen zu zweit, oder? Mein Damage plus deine. Eigentlich... Eigentlich müsste man die... ... richtig schön in die Base schieben, oder? Loop Mana für genau eine Kombo. Wenn er zuerst rauskommt und getroffen wird, ist tot. Oh, ich hab' mich getroffen. Egal, zehn Sekunden ist der nächste Start. Ich hab' den Schokolade. Ich hab' den Schokolade. Dieses Kuh von der Soraka, das ist ja... ... leicht nervend. Und das E ist nutzlos. Wow. Ich nicht so. Lushin hat einfach durchweg kein Mana. Ich weiß nicht was er macht, aber... Kein Mana spannend ist. Oh, ja. Voll durch. Oh nein. Sie ist weggeflasht. Oh, wow. Alter, warum hab' ich schon so viel Damage genommen grad? Fast tot. Ähm. Keine Ahnung. Gut, ich hab' auch keine Ahnung mehr. Aber ja, eigentlich ziemlich viel verkackt, ja. Das sah eigentlich gut aus. Aber dann ist die halt weggeflasht, die halt. Flasch ist raus, ja. Wie läuft's sonst so? Ich guck mal die anderen Lays bisschen an. Xyn. Macht Sachen. Evelyn tötet Leute. Oh, alles klar. Finn kommt runter. Ja, Evelyn. Muss ich gleich noch machen. Schade, ich dachte, wenn man Wards eingibt, da kriegt man automatisch den Rubin-Kristall. Ja, dieses Auge, den wir... Auge. Auf die Bot. Oh, stopp, ich kann auch mal nachlaufen. Mein Lurchchen fehlt. Eigentlich auch Gamer-Base. Ich brauch' Gold. Ich hab' jetzt Wards und ich hab' vergessen, mein Wort-Eisen zu wechseln. Ich darf' nochmal zurück. Und läuf' du denn oben? Können TP'n? Oder TP'n? Es ist TP'n ja doch, TP'n. Ich mag laufen. Warum bin ich mal zurückgelaufen? Ach so, das Wort, Alter. Ich hab' wieder vergessen, was hier geht. Schlimm, wenn man alt wird, ne? Ja, Mann. Das Beste, ich könnte mir sogar noch ein Banner-Ding kaufen. Das ist geil. Wenn ich TP'n gemacht hätte, hätte ich kein Geld gehabt dafür. Ein Banner-Kristall. Scheint, ich hab' nicht doch nicht gehört, da ist ja auch hier. Ah, na, na. Boah, die guten Mentors in die Fratze gestopft wieder. Da leg' ich'n'n'er fehl'n machen die Harrel vielleicht. Geht rein. Der Blunt kommt auch. Ich bin grad' weg mit der Schwer-Ultra-Slow. Ich bin so dumm, ich denke immer, dass wir vom Graves über die Wand gehen. Ja, aber das tut's doch gar nicht. Ja, aber ich vergesse, dass es einfach so ist. Oh, Asi. Ich bin der beste AD-Carry, 0-0-0. Oh! Obtlain fehlt. So, jetzt hab ich jetzt hier ein Stun-Ready. Ja. Lass die ein bisschen hier runterkommen. Die Botlain sollen mal hier hochkommen fahren. Wenn die uns reinlaufen sind, sind wir im Arsch. Gank-Link, alles klar. Soraka hat Bot wieder aufgeploppt. Ja komm, Lucian immer noch ist, weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Ich bin gleich auf der Taub einfach so aufgeploppt. Oh, die weiß nicht, dass wir hier sind. Ey, wenn wir hier warten, dann kommen die doch gleich. Soraka will doch bestimmt gleich hier in Pinkwood reinsetzen. Vor der Lucian. Oh, er hat auch gerade einen gesetzt. Wo ist's geplatzt? Oh, schon hab ich mal meinen eh gezündet. Ja, wir haben den ultimativen Burst. Ja, also Lux und Graves, Burst Lane, hm? Läuft man's. Ja, Eddie macht den Stauchspass. Oh ja. Am besten Eddie und Lux, mehr Burst. Oh, ist das nicht reingeladen, ärgerlich. Nein. Ich hab schon wieder mal einen ehnisch gezündet, sonst wär's zurück gewesen. Alter. Der Tipp fackt ja Ultra ab hier in der Mitte. Jetzt in Asi, Bro. Nein, das Ding ist einfach nur, dass ich EFK war, Mann. Das kommt noch nicht schwer hinzu. Es waren schon mehr, glaub ich. Nope, schreibt sie. Guck mal, guck mal, guck mal. Für euch. Ich hab kaum noch Mana. Oh, hier ist gecoded. Loll, der ist doch... Hä, ich bin die doch voll erwischt grad. Ich hab halt nur die, nur die Mana. Ich hab so weniger. Ich hab nur die Spells vor, ne? Ich hab einfach nur das CDA. Das Grauens. Die doch erwischt. Ja. 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 Ich hab auch keine Super-Sauker. Die haben immer so mit einem Schuss leer. Die gab's auch nur, oder? Glaub schon, ne? Ich glaub... Das ist auch geil. Jetzt guck mal, wie viele Kammern deingewehrt und überleg mal, wie viel Schuss du abgeben kannst, bis du nachladen musst. Fett ein bittiges Plastikgewehr, sich zu machen. Das Leben ist hart. Mit kein Ponyhof. Eben. Der Geräusch hat 2.0. Der Geräusch hat 2.0. Der Geräusch hat 2.0. Dann können wir es slowen. Dann trifft er es dann 100%. Dann kann es einfach kaputt schrägern. Der Momo hält sich echt gut. Das ist doch nicht direkt. Ich dachte ja, der wird richtig. Sogar 1.0. Der Geräusch hat einfach 0.3. Das ist eventuell einfach scheiße. Ja, wollen wir hier im Busch warten? Hast du einen Cleaner? Ja. Der ab? Ja. Sieht gut aus. Das könnte eventuell lustig werden. Gucken, wen von denen wir erwischen. Und den fehlt. Der Erfling hat da Probleme. Oh. Okay. Alex. I'm on it. Das ist ja so brutal, man. Ja. Ich hebe mir jetzt auch meine Hold auf. Ich glaube, wir haben wir nicht gebraucht. Ich kann mich nicht mehr wegflischen. Ich will nur mal hinterher prügeln. Mein Damage plus deine zwei Autoteaks reicht einfach. Ja, und mein Kuh. Hat nur mal Double Kill geholt. Oh, nice. Ich konnte leider nicht zu dir hochschalten. Wir waren zu beschäftigt, diese Suraka wegzuposten. Lass mal den Jungle leerräumen, wenn da was da ist. Oder den Lucian bekommen. Ist genau das auch. Oh. Oh, schade. Flinker, kleiner, schwarzer Mann. Also, nicht, dass das mit meiner Aussage zu schreiten. Ja, keine Ahnung. Ist halt Klischee, ne? Was darf ich das? Ja, aggressiv. Hallo, Asi. Achtung, Asi. Ups, Alina. Arsch. Das nur holt. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Und er tut nicht so. Krass. Müssen ist es so. Müssen ist nicht interessiert, ein Monk-Urland. Nein. Der GP. Schau, ich bin mir erwartet, ich könnte ihn besser killen, den Asi. So von Schaden her, aber irgendwie. Guck mal. Der denkt, er wäre das safe, wenn er sein verfickten Tower-Hinschild. Ja, da ist noch ein Schaf dabei, ne? Vorsicht. Die heilt ihn halt. Schaf? Ich habe keine Ult, ich kann. Das ist dann immer gut zu tauern, zu halten hier. Ja, sehe ich auch so. Ach, vor allem ist es so. Aber wenn dieser hässliche Gangplank nicht gerultet hätte, wäre ich vielleicht sogar noch rausgekommen. Oh, der hätte kein Geld. Oder beides? Oder beides? Ja, beides. Ja, klar. Beides. Hm, das ist cool, doch nicht ganz schön. Ich habe mich gehört. Lauf, Logs, lauuf! Gott, was ist scheiße. Ich weiß nicht, was hier passiert. Da steht ein Wort, aber ich will nicht clean. Oh, wow. Schade. Boah, dringend mehr Cool-Done Relation. Dringend nicht. Da steht ein Pink-Wort. Oh, ja. Ich bin Pink-Wort, Lina. Der Klee war schon fast draußen, als es gesagt ist. Qua, jede Rettung zu spät. Da ist was zum Hol. Volk. Ähm, die Airbdung macht die Trae, ich glaube. Ja, nein, vielleicht. Boah, braucht die Hilfe, die hat den noch locker, oder? Ja, aber... ...spielen zu Recht. Oh, die Banane kommt mal geflogen. Alter, da ist der Silence von der schnell. Ja, der ist direkt da. Der ist direkt da. Der ist brauche, ja. Der ist brauche, ja. Der ist brauche, ja. Der ist brauche, ja. Und ich bin nicht da. Oh, wow. Bank-Bank-Ult. Da dodged die in der letzten Sekunde, die alte. Ist die überhaupt in den Dragon Pit geflasht? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es auch nicht. Ja, da unten ist es überhaupt in den Dragon Pit. Ach, ich bin auch ein bisschen zu langsam immer mit meiner Ult. Ich sollte einfach Smart Cars machen auf die Ult. Dann einfach strahlen. Bei dem Crash wahrscheinlich gar nichts mehr. Nope. Oh, die freut sich. Ich will noch irgendwas zum Platzen bringen. Ja, was ist denn eigentlich bei Soraka neu? Wann haltet ihr sich jetzt? Ah, die hat es irgendwie so einen Zeitrecker. Das ist halt da, genau. Ich bin dann direkt. Und wenn du irgendwie den He-Machst und... Und das du auf dich drauf hast, dann kriegst du irgendwie dein Ding. Dann kriegst du dein Blöder, der kriegt das dann. Oh, shit. Ich bin gut fertig, Alter. Ich hab nicht gelobt, meiner will, den zu unterstützen. Oh, okay. Worschen nicht. Der so am Arsch. Da geht gar nichts mehr. Oh, wow. Warum flasht die denn? Weil Bock. Ist der lecker Flasht? Oh, unangenehm. Oh, wow. Sitzt du das mal im Gesicht? Oh, der next. Wo kommt der denn? Ich weiß nicht, du hast bloß ich auch mit drauf, hab mich umgebracht. Den schrecken erst mal wieder Smarties. Äh, mit aus dem Tumbo. Ich hab ganz smarties. Alter. Mal wegge-acet worden, ihr P-Ponosen. Kaufst du mir jetzt einen übergroßen Stab, oder? Ja. Bisschen mehr Leute wegbörsen auf dem Bot. Was, hab ich bei den Kurs gehört? Ich nicht, ne. Aber... Unterwege! Vielleicht doch. Oh, V-A-K. Ich bin doch blöd, ich hätte mir cool da und die Daxen kaufen sollen, nicht in Mongo. Ich hab noch 25 cool da und das ist nicht gut. Ich will sich einfach den Farmer auf der Bot-Linie und Dommel. Verblicksal-Staden, Leck. Alles klar. Ich hätte meine Ull schießen können, aber ich hab's gelassen. Hey, die kleinen sind pink. Seh ich von hier. Was? Oh egal. Ich glaub mein Mortius, der Asi erst mal im Arsch legt. Was sagt denn die Uhr überhaupt? 29. Wir müssen's langsam beenden. Wieso? Noch eke, der ist. Sonst Training, ja. Da geht's ab. Da geht's ab. Geht's da? Ja, da kommt noch G'sin. Nein, alles schlecht, Mann. Du musst so Racker hin. Oder vorne. Ups. Ich bin hier unten, unter dem, aus dem Gangplank zumindest. So, wo auch. G'sin. Schilde. G'sin an meinem Arsch. Ach, das ist auch noch. Der ist an mich. Der Bock. Komm, wir pushen. Top, oder mit, oder beides durch den Bad. Oh, wow, hier ist der Kostad. Alter. Der wird auch guten Damage. Gar nichts gesagt. So fett, lol, scheint der. Oh, oh. Schießen? Ich konnte nicht schießen. Du musst es nachlachen. Nein, ich hatte zwei Dings. Ich glaub, der ist wegen Abnurkünft. Oh. Danke, da. Einer geht rein. So, 35 Cooldown. Ich brauch noch fünf Cooldown. Ich hätt ihn auch einfach wegholten können, aber ich dachte, ich kriege ihn so Autotix. Das ist der Kostad. Das ist der Kostad. Das ist der Kostad. Was schreibt die Coo? Na, ganz zügig. So, Agat, bist du nicht alt dabei? Als jemand noch was zu würzen. Isn't the best, but this solution wasn't in any teamfight. Oh, Alex, das ist cool. Da ball is spot for the farm. Geil, hol'n dir. Ich werd' nicht meine Ultrafie verschwenden mit den Zufo. Und du hättest's noch nicht bekommen. Das war eh ja in 30 Sekunden, oder? Äh, 42 noch. Soll'n ich auf die letzte Stufe und mir fehlen noch fünf Prozent Cooldown. Wir machen irgendwas Verrücktes. Asien? Baron. So los. Okay, Baron, volls. Da war der Baron Call, kein Weg zurück. Komm. Call is call. Okay, wir können vorher noch den machen. Oh, leif. Oh, ich werd' aufbauen. Ich werd' aufbauen. Da kommt Damage rüber. Das hab' ich grade gespürt, ja. Oh Gott, der Tower hat mich fokussiert. Ich hab' diese komische Schnur auf mir drauf. Was ist das? Das ist der Asien Tower, der mich hasst. Der schmeckt mich bis hier rüber. Warum? Huuu. Huuu. Der muss noch eine Bambu. Ach, wie kann ich hier? Alter, der Laser vom Annetower. Den Bug werden die nie rausbretchen. Glaub's auch, oder? Der ist mit Absicht drin gelassen, oder? Das ist super nervig auch. Wuh, gut. Lol. Ach der mit seinem... Autsch. Okay, der Asi tut weh. Ja, das will dem was. So, wenn ich mir da aufhöre, das versuch was. Nop. Run the fuck away. Don't fight without me, please. But I want to... 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 Uuuuh. 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 Da bänden wir was Schönes ein. Ach! Die Flasht, Dude. And now. Are you done? Nice. This doesn't even make sense. Da muss ich jetzt antworten. Oh, right. Make. Warte im Englisch. Ja. Wenn unser Honeyball schlechtes Englisch spricht, dann ist das okay. Aber fremde Leute dürfen das nicht. It is passed. Dann ist es immer noch vollkommen falsch. Ich bin da, ich bin da, geh rein. Ich komme. Okay, warum ist hier gerade geplatzt? Einfach so. Schön erhielt. Weil, ähm, platzen momentan voll in Mode ist. Oh, ich hab so angeschwissen fesseln, Alter. Ich hab merkt vor diesen Soldaten, die blicksen mich ganz schnell kaputt. I'm scared of the damage, die ihr von uns geschrieben. Ich hab mal, ich hab' da. Ach, der hat dir sein verfickte Frucht alles noch. Ich will, dass jedes Mal das Gameplank gerne Früchte lutscht. Den nehmen wir irgendwo hier. Na ja, das GP. Ich hab' der Gericht Blank 30. Frucht Blank, ich bin noch ausgedrückt, komm schon. Ich will dir nicht full AP. Frist der wieder seinen Scheiß, Frucht der Sack. Frucht Blank. Da. Hat er Momo holt, Momo Adolf. Vorher! Kann ich mir diese Soldaten wegnehmen, bitte, danke. Hab den Lutscher erwischt. Oh, Samu, Momo, tu was. Geh rein. Damage. Das ist das, das ist... Alter, hör die Evelyn. Hast du das gesehen? Die hat sich einfach in Luft aufgelöst gerade. Naja, ich hab mich. Dein Tor. Du bist irgendwie abgekapselt. Aber... Ich hab noch Flash, aber... Ich möchte diesen Tower nicht tanken. Ich auch nicht. Ich hab mich am Google-Stick. Der Tor schießt auf alles, also er hat Momo. Sind Topf. Sollte hier eigentlich nicht sein. Aber ich. Aber gleich. Ich schieb jetzt hier so. Okay, Alter, der löst einfach Leute in atomare Einzelteile auf. Was ist mit der los? Ich weiß nicht. Fett wie Sau. Aber, Alter, der Damage ist doch krank. Ich meine, nix gegen kranken Damage, aber das ist... Too much. Er macht auch einen guten Damage. Das ist ja auch ein Bett erstmal. Ihr könnt das gehen. Bis dann. Okay, geht. Danke. Hey, der Zeit noch. Oh, fuck. Ich glaube, wir sollten gehen. Ich bin schwenig, aber ich geh jetzt einfach nur. Und ich bin schwenig. Moses sagt nochmal schön im Wort. Ich hab' noch gesehen, oder? Mann, von Mittels muss ich so hart rübsen, ist es ein Fest. Ich geh' dober. Kriegst du noch alleine oder sollst du dir helfen? Hm, stimmt. Es geht. Hauptfusser. Können auch ein totaler Katastrophe werden, ich bin noch. Äh. Ach, Gott, war das ja bernlich. so ich komm mal hoch auf die Toplin das gibt eine Erleuchtung sagt jetzt glaubt mir gleich eine Kölnfläche Asien glaubt mir einfach den Bluboff, der muss schwein bin ich mir sicher, ob ich den Schäfer Nobotspack wie cool, dann hat man nur holt jetzt 35 ich muss immer mal eine Stimme aufstellen hier rein hier kommt ein nice last, der alles klar Mensch, du musst ja einen ganz guten Damage ich schwöre ich dir nicht Risiko was war denn das? das war Risiko das war glaube ich zu viel Risiko oh, das war Risiko das war in der Hand Risiko das war vor allem auch zum Sturm ich hasse Xen, der hält sich so viel ja man ich hoffe du stirbst ich hoffe du stirbst ich schau dir zu alle Augen sind auf dich gerichtet oh, oh, oh not even close mehr wenige oh, was war denn? red buff? weiß Hack keine Ahnung ey wo war der? keine Ahnung das sah so aus, aber ich hab die nicht gesehen ich hab nur so nen Lichtblitz von rechts gesehen also ich hab nachdem ich tot war, ich hab mich noch nicht gesehen aber ich hab mich scheinmal mit seinem Ansturm getötet ich hab nur nen Lichtblitz von rechts gesehen, mehr hab ich nicht gesehen Ich hab's ja auf Camp, dann schauen wir uns das nachher noch mal genauer an, was dann passiert ist. Den Zauberumhang von Harry Potter hat er. Oh ja, mindestens. War einfach unsicher. Wir fahren in den Jungle. Haben die Perl gemacht ja, ne? Halt echt. Unangenehm, das. Baby-Throw und das ist übertrieben. Ja, Mitte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bald gehen muss, aber 10 Minuten spätestens. Wir müssen mal Bock pushen vor allem. Oh, Evelyn, da oben. Der ist krass drauf. Exen. Ja. Exen ist ja auch momentan ziemlich... Amore kostet's ja mit. Ach, der geht weg. Schieß die Olde einfach! Nur, dass dein Spick geht! Niiiice! Jo, Amore ist von normalem Evil. Can you stop flashing at me? Hell no! Because I can. Boah, dick. Damage. Ich pushe die Botkin, der haltet sie fest. Oh shit. Da ist ein Ludchen. Oh shit! Da ist ein Gangplank. Und ein Ludchen. Oh shit! Oh shit! Minivist hat der sich er verändert! Oh man hat den Ballern mit. Ja, das ist ein Schraub. Oh, ich bin das. Und was ist das? was mit uns spielen ich hab drei items sein wird davon ist das support item ich mach so ein damage ich könnte mir einen übergroßen stab kaufen übergroßen stab kaufen um ein bisschen schaden zu machen sie haben uns doch hundertprogert gesehen es hat nur der gangplank barrenbuffer ich hab den luschen geschreddert ihr habt den rest geschreddert flicke ähm oh oh das sieht nicht gut aus mit weit alter sind es so OP momentan er sich einfach heilt hat er die hue mastery? na ne hat er nicht der hat nicht mal diese ultra hue mastery auch nicht auch nicht der hat hier die geisteswichter okay schaden nehmen würde auch keinen so das ist nicht von mir ich glaube der Dive mich doch kaputt wenn ich den inizierer Auflauber ne ja der Dive dich der Dive dich tot alter es hat nicht mehr gereicht du bist dann von Lux bitte nicht ganz so langsam fliegen ich komme in 14 Sekunden auf die Topf wenn du dich noch so lange halten kannst na mit dem Fahrt der lacht mir aus nur mal die Sacke mach so ein Typ ja komm wir gehen alle mit von den schüler da wicke da wicke oh spielgeflash aus Versehen da wicke da wicke da wicke dr. und zu dem mit dem mit dem mit dem mit bis jetzt von den Spanien spüren spürt in der Zeit erst das wird es gibt es sich bei uns alle damit geht er aus der schönen weg bei der jürgenden freundlich schreibt sich an die es gibt stattdessen gespielt Ich bin hier im River. Wir müssen eigentlich jetzt mal kämpfen, also wenn ich geh, in drei Minuten muss ich gehen, gell? Oh shit, tut das weh. Oh wow, Sinn. Was ist das? Ja, geht doch. Ach so, Evelin ist nicht da. Da ist die Base. Kann ich gerade noch hinter uns oder so? Ok, ja, Mumu geht einfach mal rein. Der ist da. Evelin ist jetzt auch da. Ich bin erwischt. Alter, der macht dir einen Schaden, Mann. Ist doch unmenschlich, Mann. Das geht doch nicht. Oh, ich habe jetzt dieses komische... GA, wie man sie sagt. Let. GG, wir sind jetzt auch durch die Mitte. Durch. Muss jetzt gehen. Oh, nehmt die Minions mit, also auf den Topf kommt eine riesen Wave. Was? Ich muss stoppen. Macht sie hin? Ja. Run da fuck over there! Mein klar. die gegner ist schreibt auch steht dass der wichser und er macht jetzt einfach die ganze wave weg als wäre es gar nicht da egal mittel drückt gerade auf die türme das ist nicht schlecht ja gut also ich muss jetzt gehen das ist nicht gut das ist nicht gut oh shit, 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 oh meine Augen volles komische Geräusch gehört ach das war, ich finde es gut, ich sitze schon wieder wie ein Spast hier, man wie ist es denn ein Spast? das willst du gar nicht sehen doch doch es reicht wenn unsere Zuschauer das gesehen haben ich hoffe, sie haben es nicht gesehen ich habe es gesehen aber die machen einen Baron, ne? ich habe keinen Wort, ne? oh shit oh, der Draven Ward stimmt dir egal jetzt wird es knackig ich selber doch nicht Amo, wo steht bottom? Gefahr eventuell böse ist ein Bruch, Alter, ich 20 Sekunden bin ich noch tot, man, kann ich sagen, auf mein Handy schauen an das guck mal, was das Handy so sagen hat du bist scheiße, ja hat es echt gesagt, wo weißt du das? und, und, hip es hat gesagt, guck beim Aufnehmen auf Sensio Spaß, steht da 1 zu 1, ich schwöre du bist scheiße okay unterwegs was cool ist dann bei, ab der Stimme, wir gewinnen jetzt ach, Jan Perrin cool bleiben den müssen wir aussitzen ich habe auch in unserem Set wird das generell nicht zu hören ach, Quatsch das geht schon wieder 42 Minuten meine Reifen für die Werkstatt für irgendwas im Keller holen meine Reifen für die Werkstatt für irgendwas im Keller holen Alter, die Evelyn rasiert Orban einfach hoooly schreibt gerne nur Multipeat, aber echt nix was weiß ich muss jetzt gehen, gell? ist das wirklich so? ja und für keinen Weg dran vorbei drei Minuten in Hausen sein und umgezogen das klingt nicht wirklich schaffbar das ist auch sein lassen nein aber ich werde mir mit Genuss das Video angucken und schauen was die anderen geschrieben haben RIP hat sie geschrieben so, ähm ich bin mal raus, gell? ich komm später nochmal Cursed dann können wir nochmal zacken von mir aus Gute Gute also oh Gott so sicher dass du den fighten wirst nice geschreddert relativ sicher so ich schreib mal extra no more set und fuck bis ich noch die Bemüte aufheizen wir trappen die wir trappen die wir trappen die wir trappen die oder der kina hat eine riesige range mittlerweile richtig krasse aufsteht ihr mir wart ja rückzug ich schwör, ich schwör für geiles, komm nicht ran das ist da will ich nicht hin müssen diesen Bot Tower langsam holen, der gibt Geld ich bin zwar ihr Full-Bild aber der gibt Geld ja, aber es sind da viele Worts drück oh, oh nice der fristet einfach alle unsere ULTS, ne? schöne ULTS ja, ich glaub ich hätt nicht ULTS müssen aber eine von uns hat ruhig müssen, ich hab's gut relativ egal so eh alle zwei Sekunden so geht's, alle zwei Sekunden jetzt, was machen wir jetzt jetzt ist für mich alles gegen uns gepusht Sissi-Walk-Portal-Wettball alter, was ist denn jetzt passiert? der ist doch weggedasht weggedasht, ungefallen, wie nix weggewaltigung die Polizei, hier wird gerade jemand begewaltigt ich bin noch nicht mal da jetzt hört ihr Leute, was ist los mit euch? oh, meine Augen, okay die macht immer noch gut, der mich stelle, ne? der Flasht oh, das war ganz gut, das kommt auch gleich die Drakes haben wir, vier geil, ich geh zum fünf was, wir haben vier Drakes, eins das ping ich überhaupt, die sind alle tot ich glaub ich verkauf meine Wards für mehr Damage oder für Sonja oh, oh, oh Mama ich hab die eh, okay, das wird jetzt Sneaky Outfit hat nicht funktioniert ich dachte ich kann so über die Kurve flashen dass er in die andere Richtung läuft wie kann er denn so schneller hin? zu Fuß war noch neun Sekunden tot als ich von der Base zum Drake gelaufen bin jetzt haben die unseren guten Drake ja man, richtig ärgerlich nur der Donbett-Auf-Kars Report ich schaue einfach gerade so durch mein Headset obwohl ich die Musiker nicht so leiser hab einfach meinen Bruder ließen so halt das kostet mal sein Gesicht explodiert, wahrscheinlich oh, 42 Sekunden in Baron ich hab keine Wards guckte die haben wieder wieder an, alter ich weiß nicht was sie macht, aber sie macht verdammt gut den steigen kannst du seit jetzt oder auch nicht doch wisi wisi wosch geht's bot, da sieht's gut aus Baron, 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 oder? macht ihr da können wir durch ja, wir gehen's nach Hause und wer kommt auf den und wer kommt wie dann oder du ich du du sagen wir es relativ gut gelatzt So, Kinder! Ich bin auf der Board! Es gibt nur noch zwei lebende Gegner, eins davon ist ein nutzloseres Support! Das heißt nutzlos, aber sie macht immer das kein Damage! Einfach einmarschieren! Ich mache da jetzt sowas von ein! Besser würdest du? Wenn der Lucian da ist, ist mir egal, den Burst schweck! Mach du die Board durch! Erblendig! Und durch die Mitte? Nur der Lucian, nicht zwei! Geil! Ich bin schriller! Nein, ich hab dir gefehlt! Das Ohrmeistern! Ich glaub ich hab sogar auch die Ult gefehlt, aber... Irreloh und Rainer! Echt! Ich bring die Board mit! Der Mumie macht da... Er hat noch Holt gehabt, warum holtest du nicht sofort? Wer hat noch Holt gehabt? Der Mumu... Holti, 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 Holti! Ich muss Base, Alter! Der ist okay! Ich spiel mir die Gedanken hier noch jemanden zu töten gleich! Ich hab Stun, ich hab E, ich hab gleich Ult! Hast du den Cleaner? Hast du den Cleaner hier durchgelaufen? Hier läuft alles! Da steht nur ein Rohr! Ich muss sterben! Ich muss sterben, ja! Schon irgendwas! Irgendwas! Ja, sie ist über uns! Ja, sie ist über uns! Das hier unten Sneaky Sneaky! Ich weiß nicht, ob da er gekleint ist, ne? Macht nix, selbst wenn er mich angreifen will, kill ich ihn trotzdem wieder! Da ist er! Da ist er! Hup! Oh, er hatte ich getötet! Wurde ich mir alleine! Oh, Scheiße! Scheiße! Ja, was? Oh, so will ich mich bellen! Ich komme schnell heim! Ja, ich hätte einfach nach Hause gehen sollen! Ja, das ist doch schön! Schon wieder... Guck mal... Hey, in 50 Sekunden! Wird ich das hier lang? Ich hab tot 47 noch kommen! Hey, was soll denn? War festgeklebt gerade! Mein Lux-Clip hat gern mal irgendwo fest, einfach! Ich war echt noch nicht genug cool da, wie ich dachte! Ich hab bis 35, das ist lang! Ich kann 41 schon! Also, wir spielen gleich eine Stunde und wir sind noch zu viel Zeit... Keine Ahnung, wie schon genug! Dafür gehen wir den halt ganz gut unterwegs gerade! Ja, fang ich gehe immer zu! Na, die ist noch im Arsch! Sag ich doch! So! Ah, sie ist dead! Die ist jetzt 71 Sekunden tot! Wenn jetzt nix geht, dann weiß ich Arnold! Das stört lange gut! Ich bin auch noch nicht dabei! Also, jetzt ist es 4 gegen 4! Jetzt ist es quasi fair! Aber ich renne mit Baron, was rum! Und der Unterzahl seit vorne! Wir sind 3 gegen 3! Oh! Sagten die Wüstungssicht! Oh! Oh, dort ist der Xen, der ist nicht gut! Ich hab den Xen gestunt bekommen und dann ist es GG! Und du hast dich nur kaputt! Dann ist es echt GG, Alter! Dann brügel ich auch mal ne Ultra! Die Avril macht da irgendeinen komischen Kram! Oh! 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 Und du kannst auf,"EPOTT haben!" Oh! Oh! Du hast dich wo gemacht! Und da hinter dir ist! Sarah! Sie sind Bennett! Sie sind CannastCT supportivor her! Bei zwei? Oder가 Standort! U pays vor allem bei ihr Push toppt! Ja, da pusht man jeden Ich weiß es mal gleich! Sie wurde deleted! Da! Da 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 da! Da! der da der da aus stadt sagen dass sich das so läuft dem kommt euch von rechts in euch rein, die Seiten, oder? Oh, das sieht nicht so gut aus. Ich hab noch GL, stimmt ja. Jawohl. Alter, du warst doch ein Schaden, Mann. Etwas gestört, ja. Gut ins Gesicht geklärt. Tauscht jetzt die Schuhe gegen noch mehr Damage aus? Ich hab vergessen, dass ich GL hatte. Ich brauch noch ein bisschen mehr Schaden, eigentlich hätte. Lichbain. Oh, Lichbain. Da hätte noch was. Lichbain wäre natürlich... Das ist ungleichlich. Oder? Oder? Lichbain? Ah. Nee, komm. Komm, ich spare mir Geld lieber auf. Oh, der Asi erfickt mich einfach jetzt kreuzweise. Oh, unsere Top kriegt gut auf den Sack gerade. Weglaufen, Humors. Ah, zwei Inips. Oh, gut. Kann ich jetzt den Drag machen? Ist es... Ist es possible? Ja, sieh kommt klar. Ich komm auch da in die Richtung. Ich hab keinen Lifereck, Alter. Ich nicht. Nein, nein. Besseres Götter, als keinen Lifereck zu haben. Oh, boah, der Steal, der Steal den so hart, Mann. Maritus, Maritus. Hab ihn. Okay. Hier. Gott der Heck. Hier passieren viel zu viele crazy Sachen auf einmal. Ah, Mitte und Bot pushen. Wir müssen eigentlich über die Top. Ja, da haben wir halt den Ende verloren, ne? Ja, deshalb. Blink und Blink. Gut. Wenn wir irgendwo pushen wollen, dann muss ich halt die Top-Lane eigentlich sagen. Boah, dann bitte mal das von selbst. Ich sag ich, ich bin die Elfe kaufen, das noch. Gut cool, dann. Drei Minuten, also. Barron, 27 Sekunden. Wir werden wahrscheinlich irgendwo rumstehen, oder? Oh, ja, hier ist ein Mod. Jo, 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 so. Die Trappe, ich hab so Angst, dass sie... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Komm, ich hab gesehen, bitte lauf einfach in uns rein. Einfach nur blind, oh, ich kann ja gehen zu seinem Team. Komm, der ist weg, der ist, komm, wir gehen zu den anderen. Oh, GG da unten, GG. Komm, 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 ich hab so Angst, riesen Typ, ne? Ich hab meinen Stunware, die ich kann Geister schicken, wenn er irgendwo ist, dann sehen wir uns. Rechts über uns ist er, also einfach runter und kaputt schlagen. Er war einfach über uns. Ich glaub, wir hätten es gefehlt. Naja, ich glaub, zusammen hätten wir den Locker auch gut gemacht. Mit unserem Doppelburst. Vielleicht nicht locker, aber wir hätten es nicht gut gemacht. Okay, da ist er. Umi, macht er irgendwas? No, hoff. Freelo, wie es Marius jetzt sagen, glaub ich. Freelo, easy. Endlich, schnapp dir, oder? GG. 3 vs. 4, no chance, war um 3. Hey, nice. Hat ihn auch jemand der FK nehmen, oder? Nö. Oder? Nö, oder? 3 gegen 4. Ich bin mir grad gar nicht mal so sicher. Ja. Ich hab mich auch nicht... War die Sona, äh, die Fraker irgendwo in der AFK? Oh, stimmt, kann sein. Nö. Vielleicht musst du ja essen. Oder zum Fußball. Oder aufs Training als Fußball. Jedenfalls war's ein geiles Spiel. Ich verabschiede mich von unseren Zuschauern. Wir haben viel Spaß gemacht. Wir haben viele Sachen gemacht. Wir haben Dompetter AFK, aber keiner hat gehatet. Wieder erwarten. Find ich okay. In diesem Sinne, ciao, ciao, bye, bye. Und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.